Wusstest du, dass Fischen beim Angeln Schmerzen zugefügt werden? Die Angelhaken durchstechen den Mund und die Wangen der Fische. Der Zug an der Angelschnur und auch das Entfernen des Hakens führen erneut zu starken Schmerzen und großen Stress. Werden sie aus dem Wasser gezogen, ersticken die Tiere qualvoll. Die Tötungsmethoden der meisten Fischer und FischerInnen sind leider unsachgemäß und ebenso brutal. Wusstest du, dass auch das Freilassen von geangelten Fischen beim Catch and Release zu Tierleid führt? Die Tiere sind den Schmerzen und dem Stress des Angelhakens ausgesetzt. Zudem schwächt das Anfassen die Schutzfunktion der Fischhaut. Fische fühlen Schmerzen und Stress. Die Angelfischerei ist Tierquälerei.